So, es ist heute Freitag, der 11.11.2016. Es neigt sich mein Urlaub dem Ende zu. Ich habe noch den Rest der Woche frei. Und ich werde heute die Taube ausmisten und ihren Flügelstumpf eincremen. Also los geht's. Ja, jetzt seid ihr noch so. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Jetzt seid ihr noch so. Süßes Taubi. Ganz süß. Das ist ein bisschen problematisch. Und gleich scheißt er mir auf den Teppich. Das ist ja spitzenmäßig. Heidenhei. Und da bin ich in die Scheiße reingedangen. Kacko zack. Es ist nicht leicht. So, nur noch ein bisschen eincremen. Und bleibt doch da. So. Oh je. Eine Traubenopi. Hm? Ja. Ein bisschen feines Taubi. Ja. Geht ja wieder rein. Ja. Oh je. Man muss natürlich ganz arg aufregen. Ja, du bist aber wirklich gehässig. Hm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020